. . . . . . . Hast du gehört von dem Morgen? Ich bin gerade erst gekommen. . 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 Was hätte ich denn machen sollen dich erwarten? Für den, der seine Sünden weichtert, steht das Haus des Herrn ihm offen. Nur bei der Barbara hat der Mörder des Metaillon vom Hals gerissen. Ihr seid alles gute Menschen. Aber wenn dann Sechse erschlagen werden, dann rost der Teufel. Ich verstehe schon, warum die Leute dich Hexe nennen. Du bist bösartig. Ich habe ihn neulich gesehen, den Höllenfürsten.